Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Ja genau, wir sind hier immer noch im Motel und wir reden jetzt erstmal noch mit denen, die wir letzte Folge nicht abfrühstücken konnten, und zwar Doug, Kenny und Lilly. Hey Doug. Was ist denn, Lilly? Ja, ich weiß übrigens immer noch nicht, wem ich die Nahrung geben soll, außer Doug, also dem jungen Doug und Clementine, denn bei den anderen weiß ich es noch nicht. Du denkst, Katja kann diesen Mann schützen? Vielleicht. Ich meine, ich weiß über Computern, aber das bedeutet nicht, dass ich einen Kalkulator fixen kann. Aber du könntest wahrscheinlich einen Kalkulator fixen. Ja, gut. Okay. Alles klar, dann bleibt uns nur noch Kenny. Und natürlich auch Lilly. Und Doug eigentlich auch. Gut, reden wir erstmal mit Doug. Können wir eigentlich hier nach hinten auch? Nee, gut. Alles klar. Und wir müssen hier übrigens immer noch Clementines Hut finden. Als kleiner in dem Quest. How you doing, Doug? I'm okay. Me and Clementine are coloring. Guess what it is? I don't know. A dog? Nope. Oh, I know. It's a goat, right? No. You were pretty brave when we brought those people in here. That's because I know Mom can fix it. Catch you later, Doug. Bye, Lee. Bevor ich das Essen verteile, rede ich erstmal mit allen. Wie schaut's denn eigentlich da hinten aus? Kann ich da lang? Nee. Doch. Nee. Doch. Hä? Okay. Gut, dann Kenny. Ah, das ist... Okay. Hier bleiben oder an die Küste. Ja, gut. Die Küste. Die Sache ist, in Amerika liegen die größten Städte an der Küste. Und große Städte sind schlecht. Aber die Küste bietet Nahrung. Und aber... Gut, aber man kann nur in eine Richtung fliehen. Und wenn aus der Richtung was kommt, ist es blöd. Gott dammit. Hier bleiben oder... Puh, äh... Ja, hier bleiben ist auch keine gute Idee. Grundsätzlich wäre es die beste Idee, irgendwo sicherer hinzugehen. Also, ja, von mir ist es zur Küste. Wir brauchen dich hier. Wir haben eine bessere Chance, zu überleben als Grupp. Nein, wollte ich gar nicht. Unsere beste Chance, zu überleben, ist, zu weg von der Hauptstadt. Mein Geist ist abgetan. Äh, ich wollte eigentlich gar nicht... Gut, ich... Das ist aber, glaube ich, nicht hoffentlich so wichtig, dass das jetzt... Kann ich noch sagen, ich habe mich geirrt? Danke, dass mir Zeit kaufen, um diesen Mann aus der Beertrappe zurück zu bekommen. Ich kann nicht glauben, dass du seine Beine ausgeschnitten hast. Ich weiß nicht, ob ich es hätte getan. Ich hatte keine Wahl. War das oder die Walkers? Lilly hat ein Punkt, um diese neuen Leute zu beenden, um extra Meilen zu beenden. Ich weiß nicht, aber... Vielleicht ist das Problem nicht, dass es kein Essen gibt. Es ist einfach... Es ist einfach kein hier. Wir müssen uns über die Gelegenheit zu denken. Wir hoffen, dass die Dinge besser werden. Soon. Jetzt ist es ein Statement, das ich hinterher kann. Alles klar, gut. Dann bleibt uns nur noch Lilly, mit der wir noch nicht geredet haben. Vielleicht müssen wir nachdenken, um die Motel zu beenden. Gott, nicht du, too. Ich weiß, Kenny will nachdenken. Ich denke, das ist warum er so stolz, um die RV zu beenden. Aber das ist ein guter Ort. Wir sind schädlich, wir nahe zu der Drugstore. Wir haben eine Routine, und es funktioniert. Für jetzt. Wir haben eine Routine, um die Routine zu beenden. Und Kenny hat das einfach nicht geprägt. Alles, was wir brauchen, ist Essen. Aber es ist kein Essen. Du weißt das besser, als jeder. Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt mit allen geredet. Schauen wir mal kurz, ob es hier noch weitergeht. Ich glaube aber irgendwie nicht. Ne. Ah doch, wir können doch mit Katja reden. Oder auch nicht. Oh, was ist das? Bucherrat. Stürz. Aber die Snack wird immer noch nicht mehr halten. Just wie das Rest dieses Platz. Ja, die Sache ist, ich würde es hier gerne noch irgendwo erkunden, aber hier gibt es scheinbar nichts mehr zu erkunden und auch nichts mehr anzuklicken und gar nichts grundsätzlich. Ne. Hier geht es auch nicht lang. Ne. Alles klar, dann wem geben wir zu essen und wem nicht? Also auf jeden Fall, den beiden Jüngsten hier geben wir auf jeden Fall mal was. Und wir können hier auch entscheiden, was. Halber Apfel, Stück Dörrfleisch, Cracker und Käse. Gut, das ist, äh, keine Ahnung. Cracker und Käse sind sicher das Leckerste und da Clem diejenige, diejenige welche ist, die uns am nächsten steht, äh, für sie, den Cracker und Käse. Ja, du kriegst schon was. Keine Sorge. Ja, äh, keine Ahnung, das... Was, wir haben noch mehr Cracker und Käse? Cool. Dann kriegt ihr auch Cracker und Käse. Hier. Ja, oh Mann, ich bin so hungry. Oh, Duck und seine Familie wissen das zu schätzen. Vielleicht können wir doch jeden glücklich machen, wenn wir jetzt noch... Larry... Ne, Larry will ja auf seine Tochter aufpassen, also sollten wir eigentlich Lily... Essen geben und dann noch entweder Duck oder... Äh, Doug, nicht Duck, Doug oder, ähm, wie heißt der hier nochmal? Mike, genau. Der ist Mike, oder? Ich weiß gar nicht. Gut, dann würde ich sagen... Lily, du kriegst auch noch was zu essen. Hier. Na, wie wär's mit dem Apfel? Ich will nichts von dir. Lily ist immer noch sauer, okay? Ja, aber sie soll trotzdem was essen. Damit Larry uns auch ein bisschen wieder... Gut, er wird uns nie mögen, aber damit er uns halt nicht mehr so angafft. Geh es trotzdem. Du musst es essen. Das hat nichts verändert. Äh, behalte das letzte Stück Nahrung für dich. Boah. Ah, nee, geben wir's Duck. Ah, dammit. Ja, geben wir's Duck. Ja. Äh, es wär's, es wär irgendwie irgendwo auch super. Vielleicht gibt's das hier sogar irgendwo in dem RV, dass es irgendwo einen Kalender gibt, wer wann was zu futtern bekommen hat. Ja, Katja könnte ich auch Essen geben, aber... Dammit, die ist immer noch ein bisschen fett. Und Duck ist inzwischen komplett abgemagert, aber Mike ist schon so schwach. Ach, dammit, egal. Apropos, wir haben seinen Alarm noch gar nicht wirklich angeschaut. Lassen Sie es zu Duck, um ein Warnungssystem aus dem Lacken zu verhungern. Okay. Ja, Duck oder Mike. Ich hab keine Ahnung. Äh, Mark. Keine Ahnung. Gut, ich hab mich damals für Duck entschieden. Das kann ja nicht umsonst sein. Wenn du mir jetzt hier verhungert, wär das blöd. Hey, Duck. Ich glaube nicht, ich könnte dich in etwas Essen interessieren. Ja, das ist der Wobei. Moment. Ich mein, Mark ist schon relativ schwach und er kann mit einem Gewehr umgehen. Ach, dammit. Komm, Duck, falls das nochmal passiert, keine Ahnung, gegen Ende der Episode oder was, dann geb ich Mark was, aber jetzt kriegt er erstmal Duck. Das ist der Fleisch. Eigentlich, warum nicht du heute meine Schaue behalten? Ich weiß, dass ich gesagt habe, es nicht wichtig war, warum du mich und nicht Carly schaffst, aber ich schaue dir viel mehr als halb einer Tags Ration. Hey, if Doughboy doesn't want his food, hand it this way. It doesn't work like that. I'll decide who gets the food. I'll decide smart. You don't really want to piss me off, do you? Äh, Alter, bitte, ich hab... Ja, ich will aber noch ein Essen. Äh, nee, dann geben wir es Mark. Äh, ne, dann geben wir es Mark. Ja, weil ich meine, wir haben Lilly schon was gegeben. Wir geben jeder Familie oder Gruppe, wie zum Beispiel von uns und Clementine, das betrachte ich als eine Gruppe, da hat Clementine was bekommen, von Duck, Katja und Kenny hat Duck was bekommen, von Lilly und Larry hat Lilly was bekommen. Das heißt, Mark ist die einzig logische Entscheidung, wenn ich nach diesem Prinzip vorgehe. und ich geh nach dem Prinzip vor. Falls irgendwas nicht passt, dann nehm ich deiner Tochter halt das weg und geb's dir. Das wird... Das wird er auch nicht wollen. Ja, das Stück Dörfleisch. Dörfleisch. Thanks, Lee. Super. Das wär alles. Das ist wirklich nicht leicht. Verdammt. Not such an easy job, is it? Never said it was. I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Lee. Kenny. I know I ran out of food before. Hey, it was a tough choice. But you took care of the kids. That's what a real man does. I'm serious about that offer to come with us. You've more than earned a ride on the RV with me. Still, I guess some people aren't going to be happy with your choices. You're out? What happened to my food? There's none left. You keep treating people like this and your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah? Well, I don't see you working on that wall. Der Typ ist echt arsch, dieser Larry. Ken, Lee. Come here, please. He didn't make it, did he? He lost too much blood. God damn it. I'm getting sick of this shit. Ken, come back. There's nothing... Let him go, Kadja. What? He just needs time. It's been a rough morning. That man you brought, I tried. But he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. What about the other kid? Hey. What the fuck? Shit! Katja! Oh, damn it. Nicht Katja beißen. Oh, fuck you. Oh. Links und rechts und links und rechts. Move, move. Bring him, bring him. Mit dem Fuß, mit dem Fuß. I got him. Nochmal. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Okay. Flüchten. Was? Au. Stop this day. Oh. 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 Guys, turn. Guys, turn. Oh, my God. Thanks. No problem. We got to watch each other's backs, right? Why'd you bring him here in the first place, asshole? Dad, calm down. You're gonna get us all killed! You said he wasn't bitten! What? We asked you point blank was he bitten, and you said no! He wasn't! Well, your not-bitten friend here came back to life and tried to kill my wife! What? Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? It's not the bite that does it. You come back no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. God help us. It makes sense. In those first few days, it spread so fast. Car accidents, suicides. Everything was making more of them. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym, and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think? I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Someone went in the girls' room the next morning, and... God. Doug, it works. Of course it works. I told you. Shit, where does this string come from? Watch where you're walking, man. Who are those people? I don't know. Entschuldigung, Lilly. Wir müssen das machen. Das ist weit genug. Oh, verdammt. Okay, okay. Kein Problem. Wir wollen keine... Ach so, Moins. Sind die bewaffnet? Ja, stimmt. Das ist eine gute Frage. Sind Sie armiert? Ja. Für Schutz. Die Tod könnte irgendwo sein. Aber ich glaube, du hast hier die Außenhand. Was brauchen Sie Gas? Wir müssen die Außenhand. Wir haben die Außenhand. Wir haben die Außenhand. Wir haben die Außenhand. Wir haben ein Däiri-Farm ein paar Kilometer über die Straße. Wenn Sie alle bereitstellen, Sie können Sie die Außenhand. Wir können über eine Art Verhandlung sprechen. Wie sind Sie alle auf dem Essen? Wir haben viel bei der Außenhand. Lilly, warum Sie und Mark schauen, ob es legit ist? Ich gehe, auch. Wir haben die Außenhand. Wir haben die Außenhand. Wir haben die Außenhand. Also, äh... Was denken Sie alle? Nein, danke. Hm... Ja, es kann ja nicht schaden, denke ich mal. Übrigens, genau hier habe ich, glaube ich, damals aufgehört. Oder zumindest Anfang der nächsten Episode wär's dann. Oder halt jetzt noch in den nächsten paar Minuten dieser. Also, lang weiß ich nicht mehr, was abgeht. Ähm, bleiben wir hier. Äh, er ist schon sicher, aber essen... Ja, komm, essen. Du hast ein Problem. Wir bringen ein bisschen Gas zu Ihren. In exchange, wir geben uns ein Essen für zurück. Wir sehen uns wie es geht von dort. Das ist fair. Ein paar gallons sollte einen unserer Generator für einen Zeitpunkt. So, das Dairy, Sie haben wirklich Essen? Ja, sicher. Wir haben die meisten der Kettel, aber wir haben noch viel Milch, Butter und Cheese stocked up. Und mit den Vegetabeln wir produzieren, wir haben viel Essen. Danke für kommen, Doug. Sure. Ich würde gerne mal schauen, die Elektrik Fence haben. Es könnte mir ein paar Ideen für etwas, ich kann auf dem Motorrad. Kann eine Elektrik Fence wirklich stoppen Walkers? Well, so long as the Walkers aren't completely dehydrated and the Fence has enough juice, yeah, seems plausible. The Electricity basically cooks you from the inside out, right? I guess so. So, if a Walker stays in contact with the Fence, it'll eventually cook its brain. Probably takes a while, though. And that can't be a good smell. Unless it smells like jerky. Man, I could go for some jerky. I shouldn't have turned down that food you offered me earlier. That is one runaway train of thought. Sorry. What's that you got there? Oh, nothing. It's just a laser pointer I picked up during our last trip to the drugstore. I mean, thank God Lee showed up when he did. Right, Lee? Yeah, why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? Yeah, that motel is just in the toilet, aber... Willkommen. I grew up in Macon. Right here in the heart of Georgia. That's what I like to hear. You all seem pretty settled in at that motor in. Who's running things over there? Hmm... Es ist eine Demokratie, aber eigentlich hat Lily das sagen. Lily. Runs a pretty tight ship. Her and her dad are ex military. Yeah. She knows her shit, but she needs to know how to back off sometimes. How many people you got over there anyway? Genug. Ich will denen irgendwie noch nicht zu viel verraten. Enough to defend ourselves. Well, that's good. It's getting dangerous out there. Well, you guys know. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food and quite frankly, we could always use an extra help in hand. In the summers, I used to help out on a goat farm. Yeah, that's great. Everything helps. Mama's been running the dairy for as long as I can remember, but now it's getting... You think you're going to cut me out of this? Shit, get down. No one's trying to cut you out of anything. You and Gary are always pulling this shit. Fucking bandits. Who? Those look like the people who raided my camp. Who are they? Fuck you. You knew we were hungry. And you guys were keeping it all for yourself. What should we do? Yeah, and you know what? We ate it all. What are you going to fucking do about it? Don't worry, Danny and I got you covered if something happens, but let's just wait this out and hope they move on. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Oh shit! Asshole! The world out here has gone to shit. Come on, let's get to the dairy where it's safe. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, was es mit dieser Farm auf sich hat, sehen wir dann beim nächsten Mal. Apropos, genau jetzt ist die Zeit gekommen, an der mein Wissensstand endet, weil das allererste Gespräch, genau in der Mitte von dem wurde ich damals unterbrochen. Und seitdem habe ich dann nie wieder weiter gespielt. Also, vielleicht noch ein, zwei Minuten weiß ich, was abgeht. Und dann ist The Walking Dead auch komplett blind. Und ja, bis dahin würde ich dann einfach mal sagen, tschüss Leute. Also, wenn deine Somite zu machen, geht ja dann einfach mal in der Mitte. Untertitelung des ZDF, 2020